Nun geht es weiter mit Buddhas Leben. Fangen wir an. Erstmal mit Buddhas Namen und wann ist er geboren bzw. wo ist er auch geboren. Also Buddha an sich hatte verschiedenste Namen, aber seine Freunde, Verwandtschaften, nannten ihn Gautama und Buddha ist in Nepal geboren, also in Hothi Nepal, im damaligen Himalaya Gebiet bzw. ist es ja immer noch. Und geboren ist er ungefähr ca. 560 vor Christus. Eine Woche nach seiner Geburt verstarb seine Mutter. Und da stellt man sich dann die Frage, was war mit seinem Vater? Also die Familie, die sind groß geworden, die waren irgendwie, also die hatten einen eigenen Palast, waren also sehr wohlhabend, waren sehr reich gewesen und der Vater wollte einfach jegliches Leid von seinem Sohn, von Buddha im Prinzip abwenden und hat dann ihn mit Reichtümern überschüttet, hat verschiedene Sprache, also Angebote im Bereich der Lehren vollzogen, sodass er gar nicht erst auf die Idee kam, irgendwie auszuwandern, rauszugehen, auf die Welt Ausfahrten zu erleben. Weil der Vater hatte nämlich Angst gehabt, wenn er einmal rausgeht, Ausfahrten vollziehen will, dass er dann Mönch werden möchte und dann wäre die Geburtslinie im Prinzip auch durchbrochen und das würde, das tut mir leid, mal wieder vergessen auszuschalten. Und er würde im Prinzip keinen Nachfolger und dergleichen haben und das hat er versucht zu vermeiden. Er wollte seinen Sohn bei sich haben und dass er im Palast lebt. Nichtsdestotrotz laut den Überlieferungen ging Zitata o Gautama vielmal aus dem Palast seines Vaters und bei diesen Ausfahrten oder in einem von den Ausfahrten hat er verschiedenste Richtungen gesehen und auch Menschen getroffen. Da war zum einen, was so erwähnt wurde, hat er einen Greis getroffen, einen Kranken, einen Toten und er wusste, dass er bei diesen Menschen, dass ihn dasselbe Leid erfahren, dass er dasselbe Leid erfahren würde und wollte diesen ausbrechen. Also traf er noch einen Mönch und hat sich gedacht, oh ja, der, der macht das eigentlich ganz gut, das gefällt mir, das ist eine Idee, da möchte ich auch hin. Hat von der Lösung dergleichen gesprochen, das ist doch meine Idee. Dann hat er sich damit auseinandergesetzt, woher kommt eigentlich das Leid, was hat es mit dem Leid und dergleichen auf sich und ist daher nach mit 29 Jahren hat er den väterlichen Palast verlassen und wollte sich dann auf die Suche nach der Frage in Bezug auf das Leid Informationen holen. Die hat er sich von verschiedenen Priestern und dergleichen eingeholt. Aber irgendwie hat es einfach nicht, ihm keine Genugtuung gegeben. Er hat irgendwie gesagt, das kann es nicht sein, das ist nicht die richtige Antwort, es muss noch eine andere Lösung geben. Und deshalb ging er dann auf Wanderschaft und hatte versucht, durch harte Selbstzucht Antworten und Fragen darauf zu bekommen. Das heißt, der Eskes nennt man das, also der hat, er hat nichts gegessen, hat nicht getrunken, hatte sich selbst auf Dorn gelegt, also in gewisser Art und Weise bestraft durch die, und diese harte Selbstzucht hat dafür gesorgt, dass er so geschwächt war, dass er kurz vorm Tod war, kurz vorm Tod stand und letzten Endes erkannt hatte, irgendwie kriege ich ja trotzdem nicht die ersehnte Erlösung. Ja, also irgendwas fehlt hier, das haut mich hin. Und da stand die Frage, sollte das denn wirklich das Ende sein? Das war glücklicherweise noch nicht sein Ende. Er hat dann damit aufgehört, mit dieser Selbstzucht und versuchte dann durch regelmäßige Übungen der Meditation wieder zu Kräften zu kommen. Er hat auch innerhalb kürzester Zeit sehr große Fortschritte gemacht und konnte wieder mehr und mehr Kraft schöpfen. Dann gab es diesen ganz besonderen, speziellen Abend, der letzten Endes Siddharthas Leben komplett verendet hatte und wo er zu Buddha wurde, was umgangssprachig erleuchteter bedeutet, wenn man es jetzt übersetzen würde. Und das Ganze ist in Rovella passiert. Unter einem Feigenbaum hat er sich dann hingesetzt und dort hat er die Erleuchtung erfahren. Dabei sind, was hat er dort gefunden? Da ging es zum Hauptangemerk um die vier edlen Wahrheiten, wo wir dazu kommen. Die hat er erkannt. Wie schafft man es, ins Nirvana überzugehen, beziehungsweise sich komplett vom Leid zu lösen? Das ging dann über den achtfachen edlen Pfad, den er da ebenfalls erkannt hat und natürlich dann noch das Nirvana, was letzten Endes der erlösende Ort für Buddhisten ist. Er verweilte dort vier Wochen lang und entschloss sich diese kompletten Erfahrungen, diesen Erleuchtungszustand an die Welt hinauszutragen. Er ging dann nach Benares und hat dort einer seiner wohl berühmtesten Reden gehalten und daraufhin folgten ihm jede Menge Menschen, andere Mönche und haben das Wissen mit ihm zusammen verbreitet. Und er ging dann jahrzehntelang auf Wanderschaft. Wo ist Buddha jetzt? Das soll gleich die Überleitung zum nächsten Thema sein. Buddha ist jetzt im Nirvana, befindet sich im Nirvana und da werden wir gleich zu kommen, was es damit auf sich hat.